Unser Familienplaner, was jedes Jahr mit großer Leidenschaft vorbereitet wird, wird sie im Jahre 2021 nicht alleine lassen. Das Hauptthema unseres diesjährigen Familienplaners ist unsere Moscheen in Deutschland. Dank diesem Kalender lernen Sie jeden Monat verschiedene Moscheen deutschlandweit kennen, werden über die Besonderheiten informiert und haben die Möglichkeit, mit den Kindern die vorgegebenen Moscheewilder auszumalen. Zusätzlich wird Ihnen für jedes Familienmitglied vorbereitete Spalte helfen, sich gegenseitig zu erinnern, damit kein Termin mehr verpasst wird. Natürlich haben wir die Schulferien der 16 Bundesländer und die religiösen Feiertage nicht vergessen und auch für jeden Monat einen Koranvers oder einen Hadith über Moscheen vorgegeben. Wir hoffen, dass unser Familienplaner Ihnen und Ihren Kindern Nutzen bringt und wünschen ein gesundes und glückliches Jahr.